Das passiert, glaube ich, nicht oft. Jetzt muss ich auch mal in Teilen der Frau Weidel recht geben. So, Leute. Das wird jetzt nicht aus dem Konzept hier rausgeschnitten. Das wird jetzt hier ab jetzt, bis der Sebastian Meinberg fertig ist, durchgehört. Puls. Du Informale. Der spontane Meinungs-Podcast mit Ari und Meini. Hallo. So, wir behalten unsere gute Laune. Hallo, willkommen zu Du Informale, dem Podcast mit Ariane Alter und mit mir, Sebastian Meinberg. Wir kommen hier immer meistens gut gelaunt ins Studio, aber immer ahnungslos. Ja. Denn in diesem Podcast geht es immer um irgendein spannendes Thema, von dem wir am Anfang keine Ahnung haben. Jetzt könnte man sagen, gut, da sitzen wir alle in einem Boot. Nein, die Redaktion sitzt am festen faktischen Ufer und hat ein kleines Seil. Und da passiert es so, dass wir mit unserer schwimmenden Meinung ans sichere Faktenufer gezogen werden und uns dann eine schöne Meinung bilden können, mithilfe der Redaktion, die da recherchiert hat, als ob es keinen Morgen geben würde. Und so kommen wir da alle sehr wissend wieder raus. Genau, das ist sozusagen das Grundkonzept. Und hier ist dann immer ein kleines Bilderrätsel aufgebaut. Denn wir sollen das Thema am Anfang erraten. Und deswegen ist vielleicht auch gleich die Laune etwas gedämpft gewesen, als wir reingekommen sind, weil wir haben es ja schon gesehen, was hier steht oder liegt vielmehr. Und hier liegt ein Schwert, ein Grundgesetz und ein, würde ich sagen, stilisiertes AfD-Logo. Ja, das ist natürlich schwierig. Jetzt ist die Frage, was meint es genau? Ist es das scharfe Schwert, das... Das scharfe Schwert der Verfassung, sollen wir die AfD verbieten? Ist die Frage. Oder soll die AfD verboten werden? Ist, glaube ich, die Frage. Okay. Weil das ist sozusagen das scharfe Schwert... Der A. Ja, oh, Demokratie. Das scharfe Schwert der Demokratie. Steht auch auf der anderen Seite. Hier vom Grundgesetz, das liegt ja hier auch. Ja. Und jetzt könnte man natürlich hier sozusagen damit die AfD sozusagen zerschlagen. Also wird ja auch viel diskutiert. AfD verbieten, ja oder nein? Ja, das ist unser Tipp. Liebe Redaktion, stimmt der? Er stimmt. Heute geht es um nichts weniger als um unsere Demokratie. 2024 hatte gerade erst angefangen. Da sind in Deutschland, in vielen Städten, viele hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie zu demonstrieren. Und auf vielen Plakaten bei den Demos konnte man auch oft die Forderung nach einem AfD-Verbot lesen. Die Alternative für Deutschland und ihre nahestehenden Organisationen werden in Teilen schon als gesichert rechtsextrem oder als rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt. Und im deutschen Grundgesetz, da gibt es eben die Möglichkeit, verfassungsfeindliche Parteien zu verbieten. In der Politik und der Gesellschaft wird jetzt eben wieder darüber diskutiert, ob so ein Verfahren gegen die AfD angestrengt werden soll oder nicht. Da gibt es durchaus unterschiedliche Positionen dazu und wir wollen heute eure Meinung dazu wissen. Ari und Meini, sollte ein Verbotsverfahren gegen die AfD gestartet werden? Was meint ihr? Schwierig. Denn unsere Verfassung ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache, die sich viele Menschen ausgedacht haben, die hier und da auch viel Ahnung haben. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Verfassung etwas, was durch Geschichte und Zeitgeschichte geformt wird. Deswegen muss ich sagen, das ist so ein heißes Eisen. Ich glaube, es ist so kompliziert, dass man tatsächlich sehr viel sich mit der Thematik befasst haben muss, um auch zu verstehen, was bedeutet eigentlich, wenn wir einige Schritte einleiten, das in der Zukunft vielleicht auch für andere Parteien und für andere Ideen. Und was macht das eigentlich tatsächlich mit unserer Demokratie? Das finde ich sehr, sehr komplex, dass ich sage, meine private Meinung ist tatsächlich momentan na klar verbieten. Aber was das als heißen würde, wenn ich eine Politikerin wäre, das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Dann bin ich mal sehr gespannt, was du sagst. Ich habe die Debatte natürlich schon ziemlich verfolgt und ich würde es mal so zusammenfassen. Ich wäre persönlich auch dafür, wenn es eine rechtsextreme oder in Teilen rechtsextreme Partei wie die AfD nicht geben würde. Und ich glaube, das wird oft in der Debatte verwechselt zwischen, also sollen wir verbieten oder nicht. Ich glaube, die Mehrheit, zum Glück, unsere Gesellschaft ist sich eigentlich einig, es wäre uns lieber, wenn es das nicht geben würde. Aber ein Verbot ist nicht das Gleiche. Dann ist die ja nicht weg, sondern dann ist die verboten. Dann ist die sozusagen weg aus dem offiziellen demokratischen Prozess. Aber die ganzen Menschen, die Anhängerinnen und Anhänger, die ganzen politisch Aktiven da drin, die sind ja alle noch da. Also man kann ein gesellschaftliches Problem nicht verbieten. Das ist, glaube ich, vielleicht auch dieses große Missverständnis in dieser Diskussion, weil sonst könnte man ja sagen, die Möglichkeit hat dieses, also bietet unsere Verfassung theoretisch, also go for it, ja, nur erreicht man damit das Ziel, was eigentlich dahinter steht? Das ist für mich dann die große Frage. Da habe ich auch noch keine Antwort drauf. Schauen wir uns erst mal den aktuellen Stand gemeinsam an. Also es gibt jetzt die AfD-Landesverbände in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die werden vom Verfassungsschutz schon als gesichert rechtsextrem eingestuft. Das heißt zum Beispiel, Zitat, unzweifelhaft, dass der AfD-Landesverband Sachsen verfassungsfeindliche Ziele verfolgt. Die junge Alternative, das ist die Jugendorganisation der AfD, die wird auf Bundesebene als gesichert rechtsextrem eingestuft. Und die AfD, die hat auch beim Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen Revision eingelegt, dass man auch die Bundespartei AfD vom Verfassungsschutz als rechtsextremen Verdachtsfall einstuft. Die AfD hat da eben gegen Berufung eingelegt. Mitte März hätte schon die endgültige Entscheidung kommen sollen, aber sie haben mittels einer Flut an Anträgen und Verfahrenstricks das Urteil eben hinausgezögert. Und das Problem ist, die Politik wartet jetzt eigentlich gerade auf diese Entscheidung und auch der Verfassungsschutz wartet mit einer Neubewertung dieser Entscheidung eben das ab, um da ein neueres Urteil zu fällen. Ja, also ich glaube, das sind ja so zwei Komponenten. Das eine ist sozusagen das Verfassungsrechtliche. Also ich meine, es wäre auch komisch, jetzt mal so ganz allgemein formuliert, wenn wir so eine Möglichkeit in der Verfassung haben, die ja aus guten Gründen geschaffen wurde. Ich meine, wir haben eine schlimme Vergangenheit hinter uns in Deutschland, dann wurde die Verfassung geschaffen. Also das hat ja seinen Grund. Und es wäre ja komisch, wenn man sagen würde, ja, aber anwenden können wir das nie. Auf der anderen Seite ist es eben auch nicht so einfach, weil wenn man das Verfahren natürlich anstrengt und dann geht es durch, dann wird es verboten. In der Tat, dann sind die Leute ja noch da und dann vielleicht passiert dann, also vielleicht ist dann so der Frust und die Gefahr noch größer. Weiß ich nicht genau, kann aber vielleicht sogar sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Prozess durchaus mehr spalten würde, als es momentan der Fall ist. Die Frage ist natürlich, wenn die AfD gesichert recht extrem im Gesamten sein sollte, dann ist es natürlich wahrscheinlich auch das Sicherste, dass die überhaupt nicht an die Macht kommen kann. Weil ich finde es schon faszinierend. Und da frage ich mich, wie kommt das? Das sieht man, finde ich, auch bei Trump jetzt, dass Menschen hier und da erstens nicht glauben, was diese Menschen erzählen. Also zum Beispiel Trump oder auch die AfD gibt einige Dinge von sich, bei denen ich mir denke, das ist höchst alarmierend. Aber die Wähler und Wählerinnen hat man das Gefühl, sagen, das machen die eh nicht. Die machen das andere, was ich gerne möchte. Nicht jeder, aber ich habe das Gefühl, einige ignorieren quasi das Alarmierende und picken sich ihre Rosinen raus. Ja, ich hätte gerne den Protest gewählt. Ich hätte gerne, ich finde auch, dass hier und da was falsch läuft in diesem Land. Und das finde ich schwierig. Wobei ich schon finde, dass, wenn man jetzt mit der AfD sympathisiert, dass viele Leute wissen können, grob, worauf sie sich einlassen, wenn sie jetzt irgendwie mit der AfD da ins Bett steigen. Aber ich denke auch, dass das oft jetzt in dieser Diskussion, da kommen wir bestimmt auch noch dazu, dass viele vielleicht, also viele, die so, die sagen, ja, das könnte man schon vielleicht machen, das Verbotsverfahren, dass viele genau Angst davor haben, vor diesem Mittelweg, dass das Verbotsverfahren angestrengt wird und dann nicht durchgeht. Weil was ist dann? Ja, ja, dann ist es immer eine Bestätigung. Genau, das ist ja eigentlich eine Superboost. So würden sie das ja auslegen. Dann hast du vom Bundesverfassungsgericht bestätigt, die AfD ist voll okay. Weil ist ja nicht durchgegangen, das Verbotsverfahren. Ich möchte euch mal ein paar grundlegende Fakten noch an die Hand geben. Also das Grundgesetz liegt ja bei euch als Buch. Da sind auch Stellen drin markiert, die entscheidend sind. Da geht es zum Beispiel um das Verbotsverfahren in Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz. Eben, wer kann Parteien verbieten? Also nur das unabhängige Bundesverfassungsgericht kann erstmal eine Partei verbieten. Also nicht die Bundesregierung. Das muss man ausdrücklich sagen. Einem Verbot würde also dann auch ein langer Prozess vorhergehen, in dem das Verfassungsgericht erstmal prüfen müsste, ob ein Verbot eben rechtens wäre. Und jetzt ist die Frage, wer darf überhaupt diesen Antrag stellen? Also das ist der Bundestag, der Bundesrat und die Bundesregierung. Also nicht jeder, jede BürgerInnen kann da jetzt daherkommen und sozusagen einen Verbotsantrag stellen. Und es ist auch nicht automatisch gegeben, wie bei einem Standardverbrechen, dass wenn das Verbrechen begangen wird, dass der Staatsanwalt dann automatisch sozusagen das verfolgt. Nein, es ist eine politische Entscheidung, dass man eben dieses Verbotsverfahren anstrengt. Jetzt nochmal zur Thematik, dass man eigentlich wissen muss, was die AfD sozusagen plant oder wo ihre Positionen sind und dass man als WählerIn eigentlich nicht sagen kann, man hätte davon nichts gewusst. Ich möchte einfach mal einen der bekanntesten Vertreter der AfD hier zu Wort kommen lassen. Das ist der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke. Wir müssen klar immer wieder darauf hinweisen, dass nicht Merkel das Problem ist, sondern dass sie nur der Kopf eines stinkenden Fisches ist. Dass nicht nur Merkel weg muss, sondern dass das Merkel-System weg muss, liebe Freunde. Und dieses Merkel-System sind sämtliche Kartellparteien. Die ist nicht gut mit diesem Land, nein. Und an anderer Stelle noch einen brandenburgischen AfD-Abgeordneten Lars Hünig. Der hat am 18. Januar bei einer AfD-Veranstaltung gesagt. Wenn wir morgen in einer Regierungsverantwortung sind, dann müssen wir diesen Parteienstaat abschaffen. Was ich faszinierend finde, ist, dass so ein Parteiverbot in unserer Demokratie sehr lange dauert. Aber dass wenn die Partei, die an der Macht ist und keine Demokraten sind, wenn die etwas verändern möchte, dann geht das relativ schnell. Also ich glaube, dass... Wenn sie stark genug sind, dann wird es relativ schnell gehen. Genau, aber das finde ich, ist etwas, das man, glaube ich, von der Geschichte sehr lernen muss, weil man das in unserer Zeit nie wirklich gesehen hat. Also wie schnell etwas sich ändern kann. Und deswegen, glaube ich, schaut man mit sehr viel Geduld und Bedacht auf so eine Aussage. Natürlich machen die Angst, aber ich glaube, dass man das sehr unterschätzt, dass wir sehr demokratisch noch handeln und deswegen Demokratie ein eher langsames Politikwerkzeug ist und dass das sich ändern kann. Also wenn die so eine Aussage tätigen, dann habe ich intrinsisch, was ich gelernt habe, das Gefühl, na, bis das passiert, sind die eh wieder abgewählt. Das glaube ich aber nicht. Das kann passieren. Also ich habe jetzt hier das Grundgesetz vor mir, ich habe das jetzt mal aufgeschlagen auf den Artikel 21 und die Aussage, die wir gerade gehört haben, von wegen irgendwie alle Parteien abschaffen und so, dass, wenn man das jetzt nochmal im Ohr hat und dann diesen Absatz 2 in Artikel 21 liest, Parteien, die nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen, also nur zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Also, dass diese Aussage, die wir gerade gehört haben, auf eine verfassungswidrige Partei hindeutet, das ist glaube ich, das kann man jetzt auch als juristischer Laie irgendwie erkennen. Wenn man das hier so liest und wenn man sich das anhört, dann ist natürlich auch auf der anderen Seite die Frage, kann man das so ignorieren? Also ich glaube, spätestens dann, wenn jetzt wirklich der Verfassungsschutz, das wäre jetzt glaube ich mal meine erste feststehende Meinung, wenn der Verfassungsschutz zum Ergebnis kommt, dass die AfD bundesweit gesichert rechtsextrem ist, also die ganze Partei gilt dann als rechtsextrem, dann finde ich, kommst du eigentlich nicht mehr um das Verbotsverfahren herum. Weil dann ist ja klar, die ganze Partei wäre dann rechtsextrem und wenn die ganze Partei rechtsextrem ist, dann würde ich sagen, dann gefährdet sie ja die freiheitliche demokratische Grundordnung, Artikel 21 Absatz 2. Jetzt beziehst du dich, Meini, auf die Berichte des Verfassungsschutzes. Diese Berichte sind natürlich total wichtige Dokumente, in denen die Verfassungsfeindlichkeit einer Partei belegt wird oder eben nicht. Aber vor Gericht, da sind diese Verfassungsschutzberichte eben nur ein Baustein, den die Richterinnen und Richter dann berücksichtigen müssen. Professor Andreas Thiele lehrt Staatstheorie und öffentliches Recht an der Business and Law School in Berlin und im Podcast Die JustizreporterInnen vom SWR hat er das so erklärt. Sie bilden natürlich den Ausgangspunkt auch ja für uns alle die Vermutung jedenfalls zu hegen, dass da was im Busch ist, sozusagen verfassungswidrigerweise. Nur vor Gericht muss man sich klar machen, gelten eben in Anführungsstrichen andere Regeln. Der Verfassungsschutz macht das in einem relativ freien Verfahren, teilweise ja auch mit verdeckten Methoden. Fragt also jetzt die AfD nicht, was sie dazu sagt, wie sie sich dazu verhält, gibt ihr nicht die Möglichkeit, irgendwie das zu entkräften. All das würde vor Gericht ja passieren. Man müsste jetzt, übrigens zieht dann sozusagen auch der Verfassungsschutz seine eigenen Schlüsse daraus und hält dann fest und für uns ist das jetzt gesichert rechtsextrem. Das ist auch eine Bewertung, die am Ende selbst bei der gleichen Beweislage ein Gericht nicht zwingend teilen muss. Das heißt, das sind Ausgangspunkte, die das Verfahren natürlich im Ausgangspunkt vielleicht initiieren, aber ob diese Berichte verwertbar sind und wie viel davon verwertbar ist. Aber das finde ich auch gut, das ist ja ein Rechtsstaat und das ist Demokratie. Man kann es ja mal versuchen, da bin ich ganz seiner Meinung. Genau, wenn man das Gefühl hat, da passiert Unrecht und wir sollten das verbieten, weil wir haben den Eindruck, das geht gegen unsere Verfassung, dann bitte doch vor das Gericht sagen, das sind meine Argumente und dann schauen wir mal. Das ist ja das Verbotsverfahren, also das ist ja genau das, was ich meine. Also ich meine bis jetzt, mal sehen, ob sich das ändert und also eigentlich hat mich das Statement von dem Professor Thiele jetzt noch bestärkt. Man kann es ja auch mal andersrum diskutieren. Also wie würdest du es denn finden, wenn der Verfassungsschutz, wenn der jetzt sagt, die AfD ist bundesweit als rechtsextrem einzustufen. Das ist unsere Einschätzung. Wir machen aber nichts. Was würdest du dann sagen, wenn dann die Politik sagt, ja, okay, aber wir machen trotzdem nichts? Das ist ja auch überall meiner Meinung nach im Leben so. Man darf vor der Angst vom Scheitern nicht das Projekt erst gar nicht beginnen. Also da hast du ja, da haben die anderen ja schon gewonnen. So und deswegen glaube ich nicht nur, dass man die Pflicht hat, sowas dann anzuzeigen, wenn es in der Verfassung steht und wenn man überzeugt davon ist, dass es so ist als Verfassungsschutz, dann muss man in diesem Prozess, weil das Wichtigste ja in unserem Land auf dem Spiel steht, unsere Demokratie und damit unsere Freiheit und unsere Meinungsfreiheit und das von allen Menschen, die in Deutschland sind und das glaube ich ist ein Gut, das hat so viel Druck, dass es viel braucht, dass man da für einsteht. Nun wollen ja nicht nur PolitikerInnen, Demokratieforscher und Juristen die Demokratie schützen, das haben die Millionen Menschen bei den Demos ja auch gezeigt, auch die Zivilgesellschaft ist gefordert und einen besonders Aktiven, den möchte ich euch jetzt vorstellen bei Duo Informale und er ist jetzt auch dann live zugeschaltet. Er heißt Thomas Laschig, ihr kennt ihn womöglich eher unter dem Namen der Volksverpetzer. Mit seinem Volksverpetzer-Verein kämpft er sehr unterhaltsam mit vielen Informationen gegen Fake News. Allein auf Instagram folgen ihm 500.000 Menschen und Thomas hat eben eine Petition gestartet. Prüft ein AfD-Verbot und damit hat er mehr als 800.000 Unterschriften für die Prüfung eines AfD-Verbotsverfahrens gesammelt und er ist uns jetzt gleich hoffentlich zugeschaltet. Hallo Thomas. Hallo. Hallo Thomas. Schön, dass du da bist. Ja, also auf dieses Gespräch, da freue ich mich. Ja. Thomas, wir fangen gleich mal so quasi mit der vielleicht entscheidenden Frage an. Bist du denn, nachdem du dich sehr intensiv ja mit dem Thema auseinandersetzt, bist du denn für ein Verbot der AfD oder bist du nur, also nur in Anführungszeichen, für die Eröffnung von einem Verbotsverfahren? Ich bin weiterhin noch für die Eröffnung eines Verbotsverfahrens. Einmal, weil es mir als juristischer Laie auch gar nicht beurteilen kann, ob die AfD diese entscheidende Grenze schon überschritten hat und zum anderen, weil ich als Demokrat finde, mir steht es nicht zu, das zu entscheiden. Es gibt ein einziges Organ in Deutschland, das das machen darf und das ist das Bundesverfassungsgericht. Aber ich finde, das sollte das auch mal prüfen und entscheiden. Was hat dich denn motiviert, diese Petition überhaupt ins Leben zu rufen? Weil gegen die Grünen hast du das ja zum Beispiel nicht nachgefragt. Warum gerade bei dir die AfD? Bei Parteien, die eindeutig auf dem demokratischen Boden unseres Grundgesetzes stehen, da stellt sich diese Frage überhaupt nicht und auch grundsätzlich bei den meisten Parteien stellt sich diese Frage nicht. Aber bei der AfD, ich beschäftige mich ja als Anti-Fake-News-Blog schon seit Jahren damit und ich sehe ja, wie dort mit Hass, mit Desinformation gearbeitet wird, wie dort systematisch auch die Menschenwürde in Wort und Tat unterminiert wird. Und der entscheidende Punkt war ein Gutachten von Hendrik Krämer, der erklärt hat, dass in seinen Augen die AfD bereits gegen das Grundgesetz verstößt. Und hinzu kamen natürlich auch noch die Einstufungen des Verfassungsschutzes, die AfD gesamt als Verdachtsverfall und natürlich die inzwischen drei Bundesländer, wo die AfD gesichert rechtsextrem ist. Und ab irgendeinem Punkt muss man sich natürlich fragen, okay, das wird jetzt immer extremer, das wird immer radikaler und wann ist der Punkt überschritten zur Verfassungsfeindlichkeit. Was hältst du denn für das Gefährlichste an der AfD? Nun, das Gefährlichste an der AfD ist, als jemand, der sich tagtäglich mit Desinformation beschäftigt, in meinen Augen, dass der AfD die Wahrheit oder zumindest die Fakten völlig egal ist. Also, die AfD verbreitet pausenlos Desinformation, Verschwörungsmythen, sie dreht sich alles um, wie es ihr passt, sie widerspricht sich selbst, sie wirft anderen vor, was sie selber macht und das macht es sie einerseits gefährlich, aber andererseits natürlich auch sehr problematisch auch zu diskutieren. Ist das tatsächlich auch ein Trend, den du beobachtest, dass wir uns in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so einig sind, was eigentlich gilt und was die Fakten sind? Ja, das ist auch meine Beobachtung, dass ich über die letzten Jahre durch und über Social Media so eine, ja, wirklich parallele Öffentlichkeit entwickelt hat. Das alternative Mediennetzwerk und dort sieht die Welt ganz anders aus. Ich nenne es manchmal seine Parallelwelt, in der man dann lebt und dort passieren völlig andere Sachen. Dort gelten andere Werte, dort passieren andere Erzählungen, dort sieht die Politik ganz anders aus und wenn man dann einmal abgerutscht ist in diese Welt und das passiert dann durch ja auch Desinformation, die dann im Mainstream auch diskutiert wird oder auch geglaubt wird und diese Menschen, die lehnen dann unsere demokratische Verfassung ab, die lehnen grundsätzlich alle Medien ab, die nicht das schreiben oder sagen, was sie hören wollen und das ist natürlich der perfekte Nährboden für den Extremismus. Erich Kessner hat mal gesagt, man hätte Hitler in den Zwanzigern bekämpfen müssen, 33 war es schon viel zu spät. Ist es bei uns schon zu spät? Weil wenn du sagst, diese Menschen sind schon, also wir sind schon gespalten und die haben schon eine andere Realität, ist es jetzt schon zu spät oder würde eine, ein Verbot der AfD tatsächlich diesen Grund, auf dem wir uns begegnen, wieder eben machen? Ich glaube, es ist nicht zu spät und das sieht man ja auch an den Massendemonstrationen in den letzten Wochen und Monaten. Es ist ja eine der größten Protestbewegungen in der deutschen Geschichte und da sehe ich dann doch sehr eindeutig und das ist auch eine Protestbewegung, die von CSU bis Linke gemeinsam auf der Straße ist. Ja, es gibt diese Parallelgruppe, aber sie ist noch eine kleine Minderheit und genau deswegen will ich ja, dass jetzt dieses Verbotsverfahren geprüft wird, bevor es zu spät ist, dass wir das überprüfen, dass wir zumindest diese Debatte führen und damit auch allen klar wird, wie gefährlich und extrem diese Partei inzwischen geworden ist, unabhängig davon, ob sie am Ende verboten werden muss oder nicht, damit wir nicht in einen Moment kommen, in dem es dann irgendwann zu spät ist. Jetzt sagst du, Thomas, ja, wir müssen es einfach mal überprüfen, egal wie das ausgeht. Ist es denn so egal, wie das ausgeht? Weil das Gegenargument, also durchaus von demokratischer Seite, was ja vielfach in die Diskussion geworfen wird, das ist ja, wenn das schief geht, das Verbotsverfahren, dann könnte das kontraproduktiv sein und dann ist es eher aus Sicht der AfD-AnhängerInnen und der Partei wie eine Bestätigung, wie sozusagen ein Gütesiegel vom Verfassungsgericht approved. Das ist jetzt erlaubt. Wir sind eine sozusagen ganz normale Partei. Hast du davor nicht Angst, dass das passiert? Klar, diese Gefahr gibt es, aber ich glaube auch, dass allein die Debatte darüber, das Verfahren darüber, das wird sich auch hinziehen und wenn wir als mediale Öffentlichkeit dann auch unseren Job machen und dann aufzeigen, was für Argumente da gebracht werden, dann kann das ganze Verfahren selber ja dazu genutzt werden, die ganzen extremen Seiten der AfD vorzuzeigen und auch mal dann das gut zu beleuchten und zu diskutieren. Also ich glaube, es wird der AfD durchaus schaden, dieses ganze Verfahren und sollte sie nicht verboten werden, dann wahrscheinlich auch, weil sie gezwungen wurde, allein durch dieses Verfahren sich zu mäßigen und ich finde, allein das ist ja auch ein Gewinn. Du hast 800.000 Stimmen gesammelt für die Petition, dass ein Verfahren eingeleitet werden soll gegen die AfD. Die sind jetzt eingereicht. Was passiert jetzt? Wir haben der Bundesratspräsidentin Schwesig das übergeben und sie hat uns auch zu einem relativ langen Gespräch eingeladen zusammen mit ihrem Innenminister Pegel, der ja damals das zweite Verbotsverfahren gegen die NPD angebracht hat, also auch da wirklich Expertise und Erfahrung mitgebracht hat und die haben uns gesagt, sie wollen das Verfahren der AfD vor dem OVG Münster abwarten. Das Verfahren wurde jetzt tatsächlich erstmal verschoben, weil die AfD Verschleppung betrieben hat und ganz viele unnötige abgelehnte Anträge eingereicht hat, die dann nur Zeit geschindet haben. Deswegen müssen wir da warten, wie es dann weitergeht. Aber ich finde, dass die AfD, die ja eigentlich klagt dagegen, als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft zu werden, kein Interesse daran hat, dass da ein Urteil gefällt wird, zeigt mir ja doch, dass sie selber weiß, dass dieses Verfahren oder diese Einstufung zu Recht stattfindet. Und deswegen appelliere ich jetzt auch wieder an den Bundesrat, startet es doch jetzt, wir können auch nicht noch warten, dass die AfD noch länger vor Gericht verzögert, bevor wir dann den Startschluss bekommen. Thomas, das war sehr interessant. Vielen, vielen Dank. Wir diskutieren hier weiter. Danke, schön. Danke schön. ciao. Danke dir. Ich finde immer noch faszinierend, der Mann beschäftigt sich seit Jahren mit diesen Fake News, mit dieser Partei, ist sicherlich nicht ansatzweise der Meinung dieser Partei. Also ich glaube auch psychisch ist es einfach auch eine Herausforderung. Und dass der da noch so neutral sagt, ich kann da leider nichts zu sagen. Das finde ich schon sehr respektabel. Aber dadurch, dass er diese Petition gestartet hat, weiß man ja. natürlich, man weiß in welchem Lager er ist, er ist natürlich Anti-AfD, aber ich finde das auch sehr gut und habe da auch Respekt davor, genau wie du sagst, wie neutral er sich verhält. Ich glaube allerdings auch, also neutral im Sinne von, dass er nicht sagt, ich stelle mich jetzt hin und sage, die AfD gehört verboten, sondern er sagt ja nur, ich bin dafür, dass dieses Verbotsverfahren eingereicht wird und das Gericht es prüft. So hat er vielleicht noch die Chance, dass jemand, der nicht entschieden ist, ich weiß nicht genau, dass er ihm zuhört, weil er eben nicht gleich mit dem Schwert kommt und sagt, so machen wir das jetzt. Am Ende muss man auch sagen, er hat ja gesagt, dass die, ich sag mal, Diskussionsgrundlagen vielleicht andere sind und dass man sich mittlerweile vielleicht sogar, sei Dank, in anderen Realitäten also sich aufhält, dass es vielleicht auch die einzige Sprache ist, die wir noch haben. Lass uns das auf dem Grund der Verfassung regeln und dann Ja, so schön nüchtern wie das hier so im Grundgesetz formuliert ist. Das ist glaube ich tatsächlich, das ist glaube ich auch echt gut, wenn man so sich streitet oder diskutiert oder gerade in so politischen gesellschaftlichen Diskussionen, wenn man diese ganzen Emotionen mal versucht rauszunehmen und einfach so eine schöne Behördensprache annimmt. Vielleicht muss man das auch nochmal einmal ausdrücklich sagen, also was so Kriterien für die Verfassungswidrigkeit und für ein mögliches Verbotsverfahren dann eben sind. Eben, dass eine Partei eben die freiheitlich-demokratische Grundordnung beeinträchtigt oder beseitigen will. Hinzu kommen müssen eine aktive, kämpferische, aggressive Haltung gegenüber der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sowie konkrete Anhaltspunkte und das ist auch ein wichtiger Punkt, der bei der NPD dann eben nicht mehr gezogen hat, dass ein Erreichen der von ihr verfolgen verfassungsfeindlichen Ziele auch tatsächlich nicht aussichtslos ist. Ja, das fand ich auch spannend. Das war mir auch nicht so bewusst. Das habe ich aber letztens irgendwo auch in einem Artikel gelesen, wo es um die NPD ging und das Verfahren, was damals gescheitert ist, dass es sozusagen, also um überhaupt verboten werden zu können, musst du eine gewisse Relevanz haben. Die AfD natürlich, also würde ich jetzt mal sagen, ich meine, die könnte ja im Osten locker Regierungschefs stellen. Also Regierungschefs können sie jetzt derzeit nicht stellen, sie stehen aktuell so bei 30 Prozent roundabout, aber sie müssten natürlich Koalitionen finden und müssten da sozusagen darüber an die Macht kommen und aktuell sieht es nicht nach einer Koalition mit der AfD aus. aber welche Partei hat heutzutage in Bundesländern noch mehr als 30 und ein bisschen Prozent und die stellen dann ja auch eine Regierungschefin oder einen Regierungschef. Also theoretisch ist das realistisch. Klar, die haben im Moment keine Koalitionsoption, aber das muss ja auch nicht für alle Zeit so bleiben. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend und schwierig, dass eine Verfassungsfeindlichkeit von einer Partei daran gemessen wird, wie viel Potenzial sie hat. Weil wenn du Anlauf nimmst und mit der AfD ging das ja wirklich sehr schnell, die wurde ja sehr schnell sehr relevant, halte ich das Punkt 1 für schwierig und Punkt 2 es macht es ja nicht richtiger, nur weil du klein bist. Also ich glaube, es wäre für mein Rechtsverständnis besser, wenn man sagt, es gibt einfach grundlegende Dinge, wie zum Beispiel, du bist verfassungsfeindlich und dann greifen wir dich an. Ob du da jetzt nur mit 0,0003% rumdümpelst oder ob du 30% in manchen Wahlen reist, wäre für mich egal. Man muss natürlich auch sagen, das ist vielleicht auch ein riesiger behördlicher Aufwand und das Verfahren überhaupt zu starten, das zu recherchieren, das bindet natürlich auch massig Kräfte, die vielleicht dann an anderer Stelle fehlen. Ich weiß nicht, ob die Begründung so eine praktische ist, ich glaube, das ist ein Riesenaufwand, also das stimmt, aber es ist natürlich auch, also in einer Demokratie, ich meine, das ist ja auch das Argument der AfD, die sagen ja, wie bitte, ihr wollt eine Demokratie sein und ihr wollt uns verbieten, habt den Arsch offen, so ungefähr, weil es gibt ja nichts undemokratischeres, als sozusagen eine, als eine Partei, die ganz normal gewählt wurde, so in freien Wahlen, die zu verbieten. Das ist ja das Argument so der AfD und ich glaube, das ist ja auch krass. Also in der Demokratie zu sagen, ja, das, was jetzt irgendwie da Leute wählen, das verbieten wir jetzt, ist erstmal, denkst du so, das kann ja nicht sein und ich glaube, deswegen ist die Hürde so hochgesetzt, dass nur wenn es dann wirklich, wenn man sagt, okay, nur wenn es wirklich richtig gefährlich werden kann, dann machen wir das. Es stellt sich ja vielen jetzt wirklich grundsätzlich die Frage, ob es Parteiverbote geben soll. Dazu möchte ich euch Professor Lars Rehnsmann von der Uni in Passau vorstellen. Er ist Autokratieforscher, Demokratieforscher, beschäftigt sich mit Autokratisierungstendenzen, Radikalisierungstendenzen und er sagt zu den Spielregeln in der Demokratie, die Demokratie kann nur existieren als liberale Demokratie auf Dauer. Also man kann in einer Wahl tatsächlich Demokratie abwählen, wenn man Autokraten wählt, wenn man eine Autoritäre, eine rechtsextreme Partei wählt, die dann sagt, wir haben die Mehrheit und viele in der AfD haben das auch schon angekündigt, dann gehen wir gegen die Journalisten vor, dann gehen wir gegen unsere Gegner vor, dann wäht hier ein anderer Wind. Und das zeigt, dass es möglich sein muss, sogenannte Konkurrenten zu verbieten. Wer mit den Spielregeln bricht und brechen will, muss auch aus dem Spiel ausgeschlossen werden können. Selbstverständlich. Das ist Teil der liberalen Demokratie. Ich glaube, das ist auch ein großes Problem, dass wir so lange schon in Frieden leben, Gott sei Dank, dass wir uns gar nicht vorstellen können, wie fragil Demokratie ist, wie viel man auch leisten muss als Bürger und Bürgerin für Demokratie, weil das einfach ein Konstrukt ist, das so schnell durch, ich sage mal, unfaires Spiel zerstört werden kann, dass man das an der Wahlurne vielleicht auch unterschätzt. Ja, also ich erinnere mich an meine Schulzeit, die jetzt, sagen wir mal, so ungefähr 20 Jahre zurückliegt. Habe ich gar nicht wahrscheinlich gesagt, was ist das? Ja. Ja, war ein Klachsen in der Leitung. Also die liegt schon eine Zeit zurück. Und ich weiß noch, dass wir uns damals öfter beschwert haben, dass wir ungefähr jedem Schulfach irgendwas mit den Nazis haben und immer Drittes Reich und wir von anderen Epochen ganz vergleichsweise wenig wissen und das dann immer. Und wir hatten, glaube ich, alle so ein bisschen das Gefühl, das ist auch deswegen jetzt für uns so eigentlich fast too much, weil wir so dachten, ja, das wissen wir alle und das haben wir alle verstanden. Ich habe mich vor 15 oder vor 20 Jahren vollkommen sicher gefühlt, dass ich dachte, das, was damals passiert ist, Drittes Reich, Nazis und so, kann nie wieder passieren. Auf gar keinen Fall. Unmöglich. Krieg in Deutschland oder so nebenan kann nicht wieder passieren. Und jetzt denke ich bei beiden Dingen, ach du Scheiße. Jetzt ist es ja so, dass wir auch die AfD zu Wort kommen lassen wollen, wie die zu einem möglichen Parteiverbotsverfahren stehen. Da ist auffällig, dass sie sich mit Statements zu einem Parteiverbotsverfahren zurückhalten. Und wenn sich mal Vertreter oder Vertreterinnen äußern, dann argumentiert die AfD sehe, dass man sich mit einem Verbot unliebsame politische Gegner vom Hals schaffen möchte. Und hier ein Statement von der AfD-Co-Vorsitzenden im Bund, Alice Weidel. Die wahren Verfassungsfeinde sind jene, die nach Parteiverbot, nach Entzug von bürgerlichen Grundrechten und dem politischen instrumentalisierten sogenannten Verfassungsschutz ausrufen. Weil sie die Möglichkeit eines demokratischen Machtwechsels zur Opposition nicht akzeptieren können. Weil sie der wachsenden Unzufriedenheit der Bürger über ihre Politik nicht mehr Herr werden können und weil sie von ihrem eigenen Versagen ablenken wollen. Und viele Anhänger der AfD teilen diese Auffassung und sehen sich dann eben auch in der Opferrolle. Und daran anschließend sieht auch der Politikwissenschaftler Professor Lars Rehnsmann von der Universität Passau in einem Verbotsverfahren auch eine Gefahr und zwar aus folgendem Grund. Ein Verbotsverfahren halte ich derzeit nicht für sinnvoll. Ich halte die Partei tatsächlich in ihrem Kern für rechtsextrem. Ich halte sie für verfassungsfeindlich. Ich halte sie für verfassungswidrig. In der Auseinandersetzung mit der AfD stellt sich die Frage, können wir es uns leisten, politisch diese Teile der Gesellschaft ja im Prinzip ihnen anzudrohen, sie auszuschließen aus dem politischen Prozess. Die Repräsentationskrise, die ein Teil des Grundes sind, warum die AfD erfolgreich geworden ist, man hat, Teile der Gesellschaft haben sich nicht repräsentiert gesehen, insbesondere auch im Osten Deutschlands von den etablierten Parteien, die würde dadurch wiederum verschärft. Also das ist, finde ich spannend, dass der Professor Rehnsmann, der immerhin Politikwissenschaftler ist und sich natürlich total gut auskennt, besser als ich natürlich in dem Thema, dass der aber sagt, er ist deswegen, weil er Angst vor den politischen Folgen hat, vor den politischen und gesellschaftlichen Folgen gegen dieses Verbotsverfahren, obwohl er sagt, dass er die Partei ja für rechtsextrem hält im Kern. Und das finde ich ein interessantes Argument ebenso. Mein erster Impuls ist zu sagen, da widerspreche ich, weil ich denke, wenn er der Annahme ist, dass die Partei im Kern rechtsextrem ist, das sagt er ja, dann aus Angst, dass man diese Leute verliert. Ja, aber wenn ich das hochrechne, wenn die Leute jetzt alle Nazis wollen, dann kann ich die ja auch nicht verbieten, weil dann verliere ich diese ganzen Leute. Das ist ja aber dann, also ich meine, dann kann ich auch diesen Artikel 21 irgendwie rausstreichen, weil ich meine, wenn ich sage, okay, jetzt wollen das viele Leute und weil das jetzt viele Leute wollen, dann kann ich es nicht mehr machen, ja dann, wo ist da noch der Schutz? Also ich meine, dann kann ja alles passieren. Also das finde ich ein komisches Argument. Ich meine, ich verstehe natürlich, was er meint und das ist auch gefährlich, da kann es auch ganz schön Ärger geben, aber das jetzt als Hauptargument zu nehmen, überrascht mich. Ich hätte jemanden, der dir da auch zur Seite springt, Meini, und zwar Bijan Moini. Er ist Politikwissenschaftler, er ist auch Jurist und er vertritt eben auch die Haltung, dass man jetzt nicht mehr warten dürfte, weil je länger demokratische Kräfte zusehen, desto riskanter wird auch die AfD und er hat bei den Kollegen und Kolleginnen von Unbubble beim ZDF zu einem möglichen Parteiverbot Folgendes gesagt. Man muss sich bewusst machen, was eigentlich das Ziel des Verbotsverfahrens ist. Das Ziel des Verbotsverfahrens kann es natürlich nicht sein, die Einstellungen der Bevölkerung weg zu verbieten, das funktioniert nicht. Das Ziel des Verbotsverfahrens ist, die Partei von Regierungsmacht fernzuhalten, indem man ihnen die Parlamentsmandate nimmt und da ist ein Verbotsverfahren sehr effektiv. Es wirkt vielleicht nicht langfristig, es wirkt auch nicht kurzfristig, weil es lange dauert, aber mittelfristig ist es ein sehr effektives Instrument, um der Partei nicht noch mehr Instrumente an die Hand zu geben und die Gefahr ist ja im Moment da. Das sehe ich auch so. Ich glaube auch, Demokratie wird manchmal, also ich sage mal so, die Demokratie muss sich ja selber schützen und ist nicht die Idee, alles was gewählt wird, ist in Ordnung, sondern wir haben ja noch darunter eine Ebene der Ethik, die die Demokratie aber vorgibt. Nicht nur Ethik, sondern hier auch Grundgesetz. Das sind die Spielregeln, und die muss man sich halten. Und unsere Spielregeln sind die Würde des Menschen ist unantastbar und wenn du das angreifst, dann bist du raus, egal ob du gewählt worden bist oder nicht, nach einem sehr langwierigen Verfahren und das finde ich auch gut, dass das zu 100% geprüft wird, ob du verfassungsfeindlich bist oder nicht, weil dann könnte man ja sagen, dann kann ja jeder abgeräumt werden, wie Frau Weidel sagt. Und das finde ich gut, dass es sehr intensiv geprüft werden muss, aber nichtsdestotrotz ist die Demokratie kein Werkzeug, um alles durchzulassen, sondern alles durchzulassen, was jedem Menschen seine Würde garantiert. Und das sehe ich bei der AfD auch gefährdet. Also da gebe ich dir auch recht, aber jetzt muss ich, jetzt passiert was, das passiert glaube ich nicht oft, jetzt muss ich auch mal in Teilen der Frau Weidel recht geben. So Leute, das wird jetzt nicht aus dem Konzept hier rausgeschnitten, das wird jetzt hier ab jetzt, bis der Sebastian Meinberg fertig ist, durchgehört. Ja, jetzt muss ich mich konzentrieren. Also, die WählerInnen der AfD, die gibt es ja und die haben auch einen Grund, die zu wählen und das sind zum Teil, glaube ich, komplett extremistische Leute, die kannst du für die Demokratie nicht mehr gewinnen. Aber das sind auch viele irgendwie frustrierte, die sich von der anderen Politik nicht repräsentiert sehen und das hat sie ja quasi auch so gesagt. So, und da müssen sich auch alle anderen politischen VertreterInnen und Parteien an die eigene Nase fassen und gucken, das eine ist das mögliche Verbotsverfahren der Partei, aber die Leute bleiben ja da und die Leute bleiben mit ihren Anliegen da, selbst wenn die vielleicht manchmal nicht ganz nachvollziehbar sind oder mit ihrem Frust da. Auf jeden Fall, die Leute gehören zur Gesellschaft und die müssen wir irgendwie zurückholen, die müssen wir irgendwie integrieren und das geht nicht auf keinen Fall, geht das allein mit dem Verbotsverfahren, das könnte sogar noch schlimmer machen, die anderen politischen Kräfte müssen ein vernünftiges Angebot machen und ich weiß nicht, ob das vernünftige Angebot ist, was man jetzt manchmal so sieht von der Tendenz, dass man sagt, wir sind jetzt einfach genauso radikal wie die AfD und hauen auch die Parolen aus und ist populistisch. Nein, ich glaube nicht, weil in Wirklichkeit sind das ja nicht die Lösungen der Probleme der Leute, sondern da liegt ja was Tieferes hinter. Wenn jemand frustriert ist, weil er was weiß ich nicht genug verdient oder weil er sich Sorgen um seine Zukunft macht oder was weiß ich, dann sind das doch die Probleme und der Mann da, der auf der Straße dann rumbrüllt, der projiziert das dann vielleicht auf die Ausländer und die Geflüchteten und was weiß ich, was falsch ist, aber der hat vielleicht in Wirklichkeit ein Problem, um das man sich kümmern könnte und das müssen die anderen dann schon besser machen und ich glaube, man müsste dann beides tun. Also wenn man das Verbotsverfahren anstrengt, dann muss sich bitte schön auch die sonstige Politik darum kümmern, dass diese Leute eine vernünftige demokratische Heimat finden, zumindest einen Großteil der Leute. Und genau dafür sieht auch der Anwalt und Politikwissenschaftler Bijan Mouini eine Chance in einem Parteiverbotsverfahren. Bei den Kolleginnen und Kollegen von Unbubble im ZDF meinte er nämlich, Vielleicht ist eine Voraussetzung dafür, dass wir diese 20 Prozent der Menschen zurückgewinnen, dass die AfD als Organisationsstruktur wegfällt. Ich glaube nämlich, dass unterschätzt wird, welche Wirkung die AfD als Organisation hat und du hast jetzt vorhin gesagt, sie gibt ihnen eine Stimme, ich glaube, sie verstärkt diese Stimme auch und ich glaube, dass da wirklich, das kam auch schon zur Sprache, extrem viel Mehrwert in dieser Parteistruktur steckt. Durch das Geld, das zum Beispiel in Social Media Kampagnen fließt, das Rechtsextremisten finanziert, die arbeiten für die Partei in den Landtagen, in den Bundestagen und so weiter und wenn das wegbreche, dann vielleicht erst entsteht überhaupt die Voraussetzung dafür, diese Menschen wieder zu sich zu holen, also in den demokratischen Diskurs. Also total, also an dem Argument ist auf jeden Fall was dran. Ich trotzdem, also man muss ja sehen, also ein bisschen war das Argument, finde ich jetzt so, aus der Perspektive formuliert, wenn sie dann weg ist, die Partei. Aber dazwischen liegen ja mehrere Jahre Verfahren und was ist in der Zeit? In der Zeit hat die AfD die Opferrolle und ich glaube, in der Zeit gehen die eben gerade nicht von der AfD weg, sondern da wird dieses Argument, was die Weidel gebracht hat, so von wegen, ja, die anderen wollen uns ja nur bekämpfen und die Konkurrenz abschaffen und so, das wird da, glaube ich, verfangen. Also ich glaube, in der Zeit ist das eben nicht so, würde ich mal behaupten, während das Verfahren läuft, ist es nicht so, dass die Leute gehen oder nicht in der Masse gehen, ein paar vielleicht, aber glaube ich, andere fühlen sich gerade dann hingezogen und ich will da die anderen Parteien nicht so ganz aus der Verantwortung lassen. Absolut. Weil ich finde, das ist dann auch immer ein bisschen einfach zu sagen, wir machen ja alles richtig und alles toll und ich sage nein, also in Deutschland offensichtlich, wenn so viele Leute politisch frustriert sind und Protest wählen, genau, dann könnt ihr nicht alles richtig machen und ja, in der Demokratie ist es super schwer, du kannst nicht jedem recht machen, aber ich glaube schon, dass da noch Luft nach oben ist und dass da was drin wäre und deswegen ist mir das schon wichtig zu sagen, also Leute, ihr könnt das auf der einen Seite vielleicht machen, vielleicht ist es auch klug, das zu machen mit dem Verbotsverfahren, aber auf der anderen Seite muss man sich eben auch überlegen, wie mache ich von vornherein, sobald das Verfahren läuft und dann läuft es mehrere Jahre in der Zeit, was mache ich dann mit den Leuten, die eigentlich sagen, ich würde gerne die oder ich wähle immer noch die AfD, da muss ich eigentlich schon anfangen, die irgendwie rüber zu ziehen. Weil du gerade die Wahlen noch angesprochen hast, Meini, möchte ich noch hinzufügen, dass eben dieses Jahr Landtagswahlen sind in Ländern, wo die AfD auch sehr stark ist, laut Umfragen derzeit auch und das ist in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg. Schauen wir uns jetzt noch mal zum Abschluss das Fazit an. Also es ist durchaus umstritten, wie weiter mit der AfD umgegangen werden soll, ob es ein Parteiverbotsverfahren geben soll überhaupt, ob man es prüfen lassen soll. Euer Fazit jetzt, soll ein Verbotsverfahren beantragt werden oder sollte die Politik lieber die Finger davon lassen? Ich sage kurz und nach dieser Folge bin ich noch bestärkter. Ja. Also ich sage nein. Oh. Spass. Aber ich grenze es ein. Ich sage jetzt noch nicht, weil ich glaube, dass es gut wäre, wenn es noch diese Einschätzung gibt, dass die AfD bundesweit als rechtsextrem gilt vom Verfassungsschutz. Ja, das ist nur eine Behörde und so weiter, aber für mich ist das so, dann das ist die Behörde, die dafür zuständig ist, diesen Gradmesser zu liefern. Und wenn die das liefert, dann finde ich, so ist mein Verständnis auch vom Grundgesetz, dann kann man eigentlich nicht mehr daran vorbei. Weil diese Partei hat dann, ich zitiere das nochmal, das Ziel, die freiheitliche, demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen und sie ist mittlerweile so groß, dass sie das auch schaffen kann. Das heißt, wenn sie bundesweit rechtsextrem ist, laut Verfassungsschutz, dann muss meinem demokratischen Verständnis nach dieses Verfahren eingeleitet werden und dann bin ich natürlich auch dafür. Also ich würde sozusagen diese Sicherheitsstufe sozusagen noch abwarten, weil man dann, finde ich, eine bessere Argumentationsgrundlage hat. Absolut. So, und deswegen... Dann sind wir doch einer Meinung. Denn ich glaube... Du glaubst, dass sie die Einstufung kriegt? Ich glaube, ja. Ja, ich vermute das auch. An der Stelle möchten wir uns jetzt nochmal beim Volksverpetzer bedanken. Thomas Laschik, unserem Gast heute. Außerdem bei den Podcast-Kollegen von den JustizreporterInnen. Das ist der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek. Audiothek. Daraus haben wir auch Töne verwendet. Und bei Duo Informale geht's nächsten Donnerstag weiter. Wenn ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, dann findet ihr uns auf YouTube und in der ARD-Mediathek. Feedback und Themen könnt ihr in die Kommentare schreiben oder per Mail an duoinformale at br.de und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt uns gerne weiter. Autorin dieser Folge war Kati Geschirr, Redaktion Matthias Hacker und Produktion Sarah Lindebner. Danke euch beiden. Ja, ich lese jetzt noch ein bisschen im Grundgesetz. Ist ein gutes Buch. Ist ein gutes Buch. Ich sag's so. Ist ein sehr wichtiges Buch, aber für das Nachtkästchen vielleicht ein bisschen schwere Kost. Naja, mal schauen. Tschüss. Was uns ja sehr interessieren würde, ist eure Meinung. Wie seht ihr das AfD-Verbotsverfahren? Schreibt das mal in die Kommentare. Hier könnt ihr ein Abo da lassen. Da ist unsere letzte Folge. Und hier ist das Video von Unbubble. Da gibt es ganz verschiedene Menschen, die über dasselbe Thema reden. Tschüss.